Hallo, herzlich willkommen auf dem Autorenkanal Weise Geschichten. Viel Spaß beim Anschauen. Jedes Mal, wenn Anna Collado zur Arbeit ging, flehte sie sich selbst buchstäblich an, geduldig zu sein und verstand nicht, wie lange dieser Albtraum noch dauern könnte. Bis vor kurzem arbeitete sie glücklich als Krankenschwester in einer der chirurgischen Abteilungen des städtischen Krankenhauses. Sie wusste seit ihrer Kindheit, was sie werden wollte, wenn sie erwachsen war. Nach ihrem Abschluss an der medizinischen Fakultät stürzte sie sich sofort in ihren neuen Beruf. Sie arbeitete Tag und Nacht, akzeptierte alle Schichten und Dienstzeiten. Sie tat es nicht wegen des Geldes, obwohl sie das Geld wirklich brauchte, sondern weil es ihr Freude bereitete, das zu tun, was sie liebte. Die Patienten der Abteilung gingen immer direkt zu ihr, um eine Injektion oder einen intravenösen Zugang zu bekommen und sagten, dass sie die Verfahren wie eine Zauberin durchführte. Alles schien perfekt zu sein, aber Anna hatte seit den Tagen im Waisenhaus, in dem sie aufgewachsen war, keine Toleranz für Ungerechtigkeit und Lügen. Die Tatsache war, dass der Leiter der Abteilung, in der sie arbeitete, die Patienten regelmäßig täuschte. Er zog unbegründete Schlussfolgerungen und verschrieb Medikamente, und sein Ziel war es, so viel Geld wie möglich von den Patienten zu bekommen. Anna, die aus einem armen, abgelegenen Dorf stammte, sah, wie viele Menschen Geld leihen mussten, um einen Termin bei dem örtlichen medizinischen Genie zu bezahlen. Und eines Tages hörte sie den Leiter der Abteilung, Dr. Crispin Schäler, einer zerbrechlichen Mädchen mit ihrer alten Mutter eine schreckliche Prognose geben, und sie beschloss, Gerechtigkeit wiederherzustellen. Anna hatte ihr Medizinstadium abgeschlossen. Sie war eine der besten Studentinnen, und ihre Professoren sagten ihr eine erfolgreiche Karriere voraus. Das Mädchen war noch jung, hatte aber bereits ein ausgezeichnetes Verständnis solcher Angelegenheiten und wusste, dass es in einigen Situationen möglich war, eine viel erschwinglichere Behandlung zu verschreiben und dass die Krankheit selbst nicht so gefährlich war, wie Dr. Crispin Schäler behauptete. Sie hörte, wie das Mädchen versuchte, ihre Mutter zu trösten, kaum in der Lage, ihre Tränen zurückzuhalten. Es wird alles gut, Mama, wir werden das Geld finden und du wirst wieder gesund werden. Im Krankenhessführer führte die Tochter des Patienten zahlreiche Telefonate mit verschiedenen Personen, und höchstwahrscheinlich führten die Anrufe nicht zum gewünschten Ergebnis. Das Mädchen setzte sich auf die Bank und weinte, das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, was die Geduld der Krankenschwester anging. Sie stellte sich in diesem Moment in die Schuhe des armen Mädchens. Anna wartete darauf, dass der Arzt herauskam, ging auf ihn zu und begann mit ruhiger, aber entschlossener Stimme. Crispin Schäler, du weißt, dass diese Familie offensichtlich kein Geld für die von dir verschriebene Behandlung hat. Außerdem braucht sie diese Art der Behandlung überhaupt nicht. Für einen Moment war er von dieser Unverschämtheit verwirrt, aber dann zischte er buchstäblich zurück. Krankenschwester Collado, was zum Teufel machst du da? Wer glaubst du, wer du bist? Geh zurück an deinen Arbeitsplatz und erledige deine Arbeit. Ab diesem Tag begann eine lebendige Hölle für Anna im Krankenhaus. Sie ging zur Arbeit und fürchtete sich und wusste nicht, wofür Crispin Schäler sie sonst noch beschimpfen würde. Er schämte sich nicht, sie vor dem Personal und den Patienten zu beleidigen, und jetzt schimpfte er wegen jeder Kleinigkeit mit ihr. Wenn er nichts fand, was er an ihrer Arbeit kritisieren konnte, sagte er sicher etwas über das Aussehen einer Krankenschwester. Tatsache war, dass Anna groß und übergewichtig war, aber sehr charismatisch. Sie kümmerte sich nie wirklich um ihr Aussehen. Das Mädchen war seit ihrer Geburt schwerer als ihre Altersgenessen, und sie war Beleidigungen und Hänselin gewohnt, aber das alles blieb in der Kindheit. Und jetzt wurde es zum Grund für Spott von ihren Kollegen, was noch beleidigender war. An einem Morgen, als Anna gerade zur Arbeit kam, kam Crispin Schäler herein. Er war in bester Stimmung, begrüßte die Krankenschwestern, drehte sich demonstrativ von Anna weg und wandte sich dann beiläufig an sie. Colado, ich denke, du solltest etwas Gewicht verlieren. Und dein Wissen reicht nicht aus, um in unserer Abteilung als Krankenschwester zu arbeiten. Also habe ich beschlossen, dass es besser und nützlicher für dich wäre, als Reinigungskraft zu arbeiten. Dir wird dieser Job besser gefallen, denn du bist nur ein Landai. Er drehte sich auf dem Weg zur Tür um und sagte wütend zu Anna. Ich hoffe, die Böden und Fenster werden glänzen und du wirst die Windeln der Patienten regelmäßig wechseln. Jetzt wirst du den ganzen Tag mit körperlicher Arbeit beschäftigt sein und keine Zeit haben, über Unsinn nachzudenken oder dich in mein Geschäft einzumischen. Er lächelte und zwinkerte Lilia, der lokalen Schönheit, zu und ging zur Tür hinaus. In diesem Moment wollte Anna weglaufen, sich verstecken oder einfach in Tränen ausbrechen, aber sie wusste, dass niemand Mitleid mit ihr haben oder sie trösten würde, und sie hatte nicht vor, vor diesem Tyrannenschwäche zu zeigen. Das gesamte Personal hatte sich von den ersten Minuten des Konflikts zwischen dem Mädchen vom Land und dem berühmten Chirurgen offensichtlich auf seine Seite geschlagen. Sie lachten nur über die Krankenschwester und sagten, du hättest nicht mit ihm streiten sollen. Du hättest still deine Arbeit machen und ihm aus dem Weg gehen sollen. Sie haben ein armes Waisenkind aus dem Dorf in eines der besten Krankenhäuser der Stadt eingestellt. Und sie hat beschlossen, für die Wahrheit zu kämpfen, sagten ihre Kollegen. Du solltest froh sein, dass sie dich trotz deines Aussehens und deiner Weise hintergrundes in ein berühmtes Krankenhaus eingestellt haben. Fuhr Lilia sie an. Lilia stammte nicht aus einer reichen Familie, aber ihre Mutter und Großmutter arbeiteten drei Jobs, damit es dem Mädchen an nichts fehlte. Aber das schöne Mädchen interessierte das nicht, weil sie ihr Gehalt in Restaurants und Diskotheken ausgab, ohne darüber nachzudenken, wovon sie später leben würde. Lilia wurde immer von Menschenmengen von Verehrern umgeben, und jeder zweite Patient schenkte ihr Blumen und Süßigkeiten. Die Geschäftsleitung behandelte sie auch sehr nachsichtig. Jeden anderen hätten sie für die Verstöße, die Lilia begangen hatte, entlassen, aber sie konnten nur lächeln und zu ihr sagen. Lilia, reiß dich zusammen und versuche ab jetzt besser zu arbeiten. Als Antwort senkte sie die Augen, lächelte schüchtern und sagte. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich verspreche, es wird nie wieder vorkommen. Wie sollte diese verwöhnte Schönheit verstehen, was Anna durchgemacht hatte und dass sie niemanden hatte, der sich um sie kümmerte? Jahrelang konnte das Mädchen nur auf sich selbst zählen. Und jetzt beschloss sie, geduldig zu sein, egal was es kostete. Sie brauchte etwas zum Leben. Wenn sie jetzt die Krankenzimmer putzte oder den Flur im Krankenhaus wischte, dachte sie oft an die Vergangenheit zurück und konnte nicht verstehen, warum das Leben ihr solche Qualen auferlegte. Anna hatte ihre Eltern nie kennengelernt, aber das Bild ihrer Mutter stand immer neben ihrem Bett im Haus ihrer Großmutter Maria und sie hatte auch ein sehr kleines Bild, das sie immer bei sich trug. Das war jedoch alles, was von ihrer Mutter übrig war. Als sie ein Kind war, erwähnte ihre Großmutter Maria sie selten. Dumme Ärzte haben sie umgebracht. Wenn wir in der Stadt gelebt hätten, hätten ihr vielleicht die Stadtärzte geholfen, aber unsere unerfahrenen Dorfärzte haben ein junges Mädchen getötet. Sie hat nicht einmal lange genug gelebt. Manchmal fuhr sie fort. Ich habe ihr gesagt, dass sie kein Baby braucht, aber deine Mutter war stur und wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, gab es keine Chance, sie umzustimmen. Anna zog nur eine Schlussfolgerung aus solchen Klagen, sie war definitiv ein ungewolltes Kind. Ihre Mutter starb kurz nach der Geburt, wie ihre Großmutter sagte. Sie lebten in einem abgelegenen Dorf, wo der einzige Sanitäter selten nüchtern war. Großmutter Maria brummte wütend. Deine Mutter, Ramona, hat beschlossen, eine Stadtfreie zu werden. Sie ist weggelaufen, um ein neues Leben zu beginnen und als sie von einem unbekannten Mann schwanger wurde, hat sie beschlossen, zu mir zurückzukommen. In solchen seltenen Momenten weinte die Großmutter leise, wischte eine Träne mit dem Taschentuch ab, aber wenn Anna etwas über ihren Vater fragen wollte, wechselte die Großmutter sofort das Thema. Dein Vater ist wie ein Wind auf dem Feld, wie ein Wirbelsturm am Himmel, man kann ihn weder finden noch fangen. Geh und frag nie wieder nach ihm. Das Mädchen wusste, dass ihre Großmutter nichts weiter sagen würde. An solchen Tagen lief die Oma mit finsterer Miene herum und murmelte etwas vor sich hin, wahrscheinlich schimpfte sie den unbekannten Vater. Großmutter Maria war streng, aber gerecht. Anna wusste, dass sie sie sehr liebte und Mitleid mit ihr hatte, aber sie versuchte es nicht zu zeigen. Sie lebten arm, aber dem Mädchen fehlte es nie an etwas. Ihr Taschengeld war knapp und ihre Großmutter arbeitete fast bis zu ihrem letzten Tag, indem sie Böden in dem örtlichen Laden und auf der Post reinigte. Nachbarn halfen, wie sie konnten, indem sie ihnen alte Kinderkleidung und Schulmaterial brachten. Die Großmutter nahm die Gegenstände dankbar an. Und am Abend ging Maria auf die Terrasse und inspizierte sorgfältig alle Gegenstände, wählte nur diejenigen aus, die noch in gutem Zustand waren, sie wusch und pübelte sie, und am Morgen hatte Anna wunderschöne Outfits, die fast wie neu waren. Warum stehst du dort? Bist du eingeschlafen? Der Schrei der oberkrankenschwester holte Anna aus der Vergangenheit zurück. Wenn Crispin Chela dich hier herumtrödeln sieht, bekommst du sicherlich keinen Bonus. Fügte sie hinzu und ging den Flur entlang. Anna seufzte und dachte, dass sie den Bonus jetzt vergessen könne. Der bösartige Crispin Chela würde sein Bestes tun, um sicherzustellen, dass sie ihn nicht bekommt. Sie seufzte, wechselte das Wasser im Eimer und ging den Flur putzen. Anna wischte die Böden im Krankenhaus, aber geistig war sie wieder an jenem Tag, sie war in der Vergangenheit, erfüllt von traurigen Erinnerungen an Veränderungen und Verrat. Oft erinnerte sie sich an einen der schlimmsten Tage ihres Lebens, den Tag, an dem ihre Großmutter starb. Sie kam von der Schule nach Hause und spürte sofort, dass etwas nicht stimmte. Es gab keinen Geruch von Essen im Haus und ihre Großmutter machte keine Geräusche mit dem Vichier. Sie kochte immer das Mittagessen für ihre Enkelin, wenn diese nach Hause kam, aber an diesem Tag sah sie sie auf dem Boden neben der Tür liegen, die Augen weit offen, als ob sie die Decke anstarrte. Anna versuchte zuerst leise zu rufen. Anna war erst zwölf, aber sie erkannte, dass etwas Unwiederbringliches passiert war. Sie stürmte kopfüber zu den Nachbarn, weinend. Es waren entweder die Tränen oder der Regen, oder wahrscheinlich beides, die ihre Augen blendeten, und das Mädchen wäre fast mehrmals gefallen, aber sie versuchte so schnell wie möglich zu rennen. Sie hatte Angst in ihrem Herzen und dachte, je schneller sie renne, desto schneller würden sie ihrer Großmutter helfen. Nachdem sie die Schwelle der Nachbarn überschritten hatte, begann Anna in Richtung ihres Hauses zu winken und zu flüstern. Oma, Oma ist da, sie setzte sich erschöpft auf den Boden und dann war es wie ein Albtraum. Fast alle Nachbarn kamen zu ihrem Haus. Jeder weinte, streichelte ihren Kopf und jammerte. Du bist jetzt eine Weise. Wie wirst du überleben? Denn jetzt braucht dich niemand mehr. Sie verbrachte diese Nacht im Haus ihrer Nachbarn. Und sie flüsterten und redeten lange, die Frauen weinten und die Männer gingen ab und zu nach draußen, um zu rauchen. Direkt nach der Beerdigung ihrer Großmutter ging Anna in ein Waisenhaus in der nächstgelegenen Stadt. Anna war vorher nicht sehr kontaktfreudig und jetzt war sie völlig introvertiert und sprach mit niemandem. Die meiste Zeit saß sie in einer Ecke mit einem Buch oder vor der Tür eines Arztzimmers. Anna verbrachte Stunden damit, Plakate und Broschüren zu medizinischen Themen zu studieren. Ein junger Arzt, der im Waisenhaus arbeitete, bemerkte das pummelige, ruhige Mädchen. Eines Tages näherte sie sich dem Mädchen, das wieder das medizinische Plakat studierte, und fragte. Interessierst du dich dafür? Möchtest du sehen, was im Büro ist? Anna nickte schnell, ohne zu zöbern, als hätte sie Angst, dass Angeles Carrasco es sich anders überlegen würde. Den Atem anhaltend starrte das Mädchen auf die medizinischen Werkzeuge. Und von diesem Tag an wurde sie eine häufige Besucherin im Tempel der Medizin. Sie spürte, dass das Leben aller Bewohner des Waisenhauses von Angeles abhing, sie dachte sogar, dass, wenn diese Frau zum richtigen Zeitpunkt bei ihrer Großmutter und Mutter gewesen wäre, sie definitiv am Leben wären, denn jeder, der mit irgendeiner Art von Schmerz in dieses Büro kam, ging immer mit einem Lächeln im Gesicht heraus. Der Schmerz blieb immer hinter dieser Tür zurück, und das war wahrscheinlich einer dieser Momente, in denen sie beschloss, eine medizinische Fachkraft zu werden und den Menschen zu helfen. Sie wollte wie eine Fee werden, wie eine Zauberin, die jede Krankheit heilen konnte. Anna bereitete sich fleißig auf das Medizinstadium vor und als es soweit war, schrieb sie sich mühelos an der medizinischen Fakultät ein. Angeles war immer da, um ihr zu helfen und sie zu unterstützen. Zu dieser Zeit hatte sich Anna drastisch verändert, von einem pummeligen kleinen Mädchen zu einer großgewachsenen Schönheit mit langen Haaren. Sie war sehr anders als ihre Altersgenossinnen, die nur über Jungs und Diäten sprachen, Anna interessierte sich überhaupt nicht dafür, daher waren die Schönheiten des Waisenhauses überrascht, als ein gutaussehender junger Mann, wie sie sie seit ihrer Kindheit nannten, an der Pforte des Waisenhauses auf sie wartete. Es wurde klar, warum die Augen des Mädchens in letzter Zeit zu leuchten begonnen hatten. Sie sah hübscher aus und trotz ihres Gewichts wirkte sie so luftig und schwebend. Es stellte sich heraus, dass das Mädchen sich verliebt hatte und die Gefühle waren gegenseitig. Sie trafen sich zufällig, Anna ging gerne in den Park in der Nähe des Sees, der ganz in der Nähe des Waisenhauses lag. Bei gutem Wetter saß sie am Ufer und verlor die Zeit aus den Augen, bei schlechtem Wetter schlenderte sie einfach durch die Alleen und träumte von der Zukunft oder erinnerte sich an die Vergangenheit. Einmal, an einem dieser Tage, wäre sie beinahe von einem Fahrradfahrer überfahren worden, entweder weil sie ungeschickt war oder weil er beim Abbiegen sein Fahrrad nicht unter Kontrolle hatte. Zuerst entschuldigten sie sich beide unbeholfen, dann lachten sie und der junge Mann Brot an. Als Gentleman bin ich verpflichtet, mich zu entschuldigen. Das Wetter ist so kalt, also lade ich, dich ein, eine Tasse heißen Kaffee zu trinken und ein köstliches Dessert zu probieren. In der Nähe gibt es ein Kaffee, das wunderbare Desserts anbietet. Offensichtlich sagte sie ja. Sie tranken unglaublich guten Kaffee, wie sie damals dachte, und sprachen über Bücher. Dann schlenderten sie lange herum und sprachen über alles Mögliche. Sie wollten nicht gehen und verabredeten sich für den nächsten Tag dort. Von da an würde Bernardo, so hieß der junge Mann, jeden Tag an der Tür des Waisenhauses auf seine wunderschöne Freundin warten. Die Mitbewohner flüsterten verwirrt, was findet dieser gut aussehende Stadtbarsche an einem einfachen Landmädchen. Aber jedes Mal, wenn sie sich trafen, war es, als würden sie niemanden oder etwas um sich herum bemerken. Sie genossen jeden Tag, jeden Moment, den sie zusammen verbrachten. Nach dem Waisenhaus schrieb sich Anna problemlos an der medizinischen Fakultät, Bernardo war der Erste und vielleicht der Einzige, der sie an diesem Tag beglückwünschte. Er begrüßte sie mit einem riesigen Blumenstrauß, küsste sie und sagte, Ich habe nicht daran gezweifelt, dass du die Prüfungen mit Auszeichnung bestehst. Er unterstützte Anna immer in allem und wurde während dieser Zeit zu der engsten und liebsten Person für sie. Sie war so glücklich und es schien ihr, dass alles zwischen ihnen perfekt war, daher hat sie sich nie gefragt, warum Bernardo sie nicht seinen Eltern vorgestellt hat. Die Liebenden hatten bereits davon geträumt, dass Bernardo aus der Armee zurückkehren würde und sie heiraten würden. Als Anna ihren Geliebten zur Armee begleitete, weinte sie und flüsterte. Es ist in Ordnung, ich werde auf dich warten, und die Trennung wird unsere Liebe nur stärker machen, nicht wahr, meine Liebe? Bernardo wischte ihr die Tränen von den Wangen und flüsterte ihr mit einem Lächeln ins Ohr. Sicher, meine Liebe. Die Zeit wird unbemerkt vergehen und wir werden wieder zusammen sein. Als Bernardo zur Armee ging, war der einzige Trost für das Mädchen seine Briefe, sie wartete auf jeden Brief von ihrem Geliebten. Anfangs kamen sie häufig und enthielten viele zärtliche Worte, aber mit jedem Monat kamen die Briefe seltener und wurden kalt und weniger romantisch, eher freundschaftlich. Anna dachte nicht darüber nach, sie zählte die Tage bis zur Rückkehr von Bernardo, aber es geschah nicht so, wie sie es sich vorgestellt hatte. Eines Tages, als Anna vom Universitätscampus ins Wohnheim zurückkehrte, rief ihr ein Wächter zu. Dieser Soldat war hier. Er hat einen Brief hinterlassen, aber er hat nicht auf dich gewartet. Hier, er hat mich gebeten, ihn dir zu geben. Das Mädchen erkannte sofort die Handschrift ihres Geliebten. Sie hatte all seine Briefe in einer Schachtel aufbewahrt, zusammen mit den weißen Schuhen, die sie für ihre Hochzeit gekauft hatte. Oft stellte sie sich vor, wie sie mit Bernardo in diesen Schuhen tanzt. Anna betrachtete erneut den Umschlag. Es war keine einzige Briefmarke darauf. Der Brief wurde definitiv von Bernardo, nicht vom Postboten, zugestellt. Sie lächelte glücklich, denn das bedeutete, dass Bernie angekommen war. Sie dachte einen Moment lang, dass ihr Geliebter es eilig hatte und sie überraschen wollte. Sie war sicher, dass der Umschlag den Ort und die Zeit ihres lang ersehnten Treffens angab. Anna lief in ihr Zimmer, vergaß den Wächter für den Brief zu danken und stürzte sich auf das Bett, um den Umschlag zu öffnen. Die ersten Zeilen des Briefes erschienen ihr etwas gleichgültig und kalt. Hallo, Anna. Es tut mir leid, aber es ist für mich einfacher, es aufzuschreiben, als es persönlich zu sagen. Ja, ich bin ein Feigling. Das Mädchen las die ersten Zeilen immer wieder und konnte nicht glauben, dass sie von ihrem geliebten Bernie geschrieben wurden. Da waren keine der üblichen zärtlichen Worte. Etwas in ihr spannte sich hinterhältig an, wie eine Gitarrensette, und Anna hatte Angst. Was, wenn diese Seite jetzt reißen würde und sie sterben würde? Sie riss sich zusammen und beschloss, den Brief zu Ende zu lesen. Sie las Bernardo's Geständnis, als wäre es ein Albtraum, der schlimmste Albtraum ihres Lebens. Bernardo schrieb, dass seine Eltern sie ohnehin nicht zusammen sein lassen würden, dass sie bereits lange zuvor ihre Entscheidung getroffen hätten und er seine ehemalige Klassenkameradin heiraten würde. Der Vater des Mädchens ist Geschäftspartner seines Vaters und angeblich sei Bernardo's Mutter sehr krank und ihr Herz würde es nicht verkraften, wenn er gegen ihren Willen handeln würde. Es ist besser für uns beide. Es tut mir leid, du wirst bestimmt glücklich sein. Das waren die letzten Worte ihres Geliebten. Nachdem sie den Brief bis zum Ende gelesen hatte, saß Anna lange da und starrte aus dem dunklen Fenster. In dieser Nacht regnete es heftig, als würde es um ihre Liebe trauern. Wenn jemand das Mädchen in diesem Moment betrachtet hätte, hätte er sie vielleicht für eine steinerne Statue gehalten. Sie schien eine graue, leblose Kreatur in der Dunkelheit des Zimmers zu sein. In dieser Nacht schien es, als würde sich das Leben des Mädchens in ein Vorher und Nachher teilen. Ähnliche Gefühle hatte sie am Tag der Beerdigung ihrer Großmutter erlebt, nur damals war es der Tod und es war schwer, jemandem die Schuld zu geben, aber jetzt, in ihrem Erwachsenenleben, war der Verrat eines geliebten Menschen die Grenze zwischen Vergangenheit und Zukunft. Eine Weile lebte Anna, ohne zu verstehen, was vor sich ging. Sie ging aus Gewohnheit zu den Vorlesungen, kam zurück, ging ins Bett, stand wieder auf und ging zum Studieren. Das Gute war, dass dies die letzten Tage an der medizinischen Fakultät waren und es noch einige organisatorische Angelegenheiten gab, die Bücher in der Bibliothek zurückgeben und sich auf den Auszug aus dem Wohnheim vorbereiten. Als alles erledigt war, beschloss Anna, vor der Vergangenheit wegzulaufen, ihre Erinnerungen zu löschen und ein neues Leben zu beginnen. Als beste Studentin wurde ihr eine Stelle im örtlichen Krankenhaus angeboten, aber sie entschied sich, so weit wie möglich wegzugehen, in die große Stadt und dort für immer zu verschwinden. Jahre später erinnerte sich Anna oft daran, wie sie die Briefe aus der Armee, die ihr so am Herzen lagen, in kleine Fetzen gerissen hatte und die Tränen hörten nicht auf, über ihre Wangen zu fließen. Das Mädchen erinnerte sich gut daran, wie sie das Wohnheim verlassen hatte, sie hatte sehr hart gearbeitet, um diese weißen Schuhe für die Hochzeit zu kaufen, aber sie stellte sie an diesem Tag auf den Tisch und legte einen Zettel daneben, mögen diese Schuhe dem neuen Studenten Glück bringen. Sie dachte, sie würde alles loswerden, was sie an die Vergangenheit band und machte sich auf den Weg, um der unbekannten Zukunft zu begegnen. Im Zug schaute Anna auf die Vorbeizehände Landschaft und war sicher, dass sie nie wieder lieben oder geliebt werden könnte. Und als sie sich auf dem großen, schönen Bahnhof einer riesigen Metropole wiederfand, war Anna für den ersten Moment verwirrt, weil es eine völlig andere Welt war. Die Stadt erinnerte sie an einen Ameisenhaufen, alle waren in Eile, niemand begrüßte irgendjemanden und die Menschen waren völlig anders als die Bewohner ihres Dorfes, die sich alle beim Namen kannten. Jeder in der Stadt war mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt und lebte sein eigenes Leben. Als Anna sich in dieser neuen, hektischen Welt wiederfand, realisierte sie, dass sie sich jetzt niederlassen und wieder anfangen musste zu leben und viele neue Dinge lernen musste. Das Mädchen konnte lange Zeit keinen Platz zum Leben finden. Glücklicherweise hatte sie während ihres Studiums Teilzeit in einem Krankenhaus gearbeitet und Geld gespart, für ihre Hochzeit. Nach allem, was passiert war, beschloss Anna, das Geld, das sie gespart hatte, für neue Zwecke und ein neues Leben zu verwenden. Als sie in die Stadt zog, dachte sie, dass dieser Vorrat für eine lange Zeit ausreichen würde, aber es stellte sich heraus, dass sie mit diesem Geld nicht einmal eine anständige Unterkunft mieten konnte. Als sie die Hoffnung vollständig verloren hatte, stieß sie auf ein kleines Stück Papier an einem schwarzen Brett in der Nähe des Bahnhofs. Anna war zufrieden mit dem Preis, den die Vermieterin am Telefon genannt hatte. Es war fast ihr gesamtes Geld, aber sie hatte keine Wahl. Sie fand die Adresse auf einer Karte der Stadt. Es war sehr weit vom Bahnhof entfernt, fast am Stadtrand. Ein kleines Zimmer in einer alten Zweizimmerwohnung im Erdgeschoss. Die einzigen Möbel waren ein Nachttisch, ein Bett und ein kleiner Tisch. Es gab nicht einmal einen Kleiderschrank und es gab keinen Platz dafür. Hinter der Tür waren ein paar Mantelhaken eingeschlagen. Das Zimmer sah sehr einfach aus, aber sauber. Auf der kleinen Fensterbank standen hübsche Geranien und alte, aber saubere weiße Vorhänge. Die Vermieterin war eine schlanke alte Dame mit freundlichen Augen. Alfonsina Toribio sagte sofort, als würde sie sich entschuldigen. Es tut mir leid, Liebes. Dies ist das Zimmer meines verstorbenen Sohnes. Er hat viel getrunken, also hat er alle Möbel verkauft, um Geld für Alkohol zu bekommen. Es stellte sich heraus, dass ihr Sohn vor drei Jahren gestorben war und sie niemanden in dieses Zimmer lassen wollte, aber sie brauchte das Geld. Sie war schon lange im Ruhestand und hatte daher Geldsorgen. Plötzlich, bevor Anna überhaupt Zeit hatte, sich umzudrehen, hatte Alfonsina bereits einen alten Spiegel aus ihrem Zimmer geholt. Wie kann eine Schönheit wie du ohne Spiegel leben? Und ich habe keinen Grund, mich in meinem Alter darin anzusehen, fügte sie traurig hinzu. An diesem Abend führte Alfonsina Anna in die Küche und sagte ihr, dass sie alles, was sie sah, ohne zu zögern benutzen solle. Am ersten Tag ging das Mädchen auf Arbeitssuche. Sie hatte die medizinische Fakultät mit Auszeichnung abgeschlossen, daher wurde sie sofort in einem der Stadtkrankenhäuser eingestellt. Die Arbeit in der chirurgischen Abteilung war nicht einfach und der Weg zum Krankenhaus dauerte lange, aber Anna hatte kein Problem damit. Sie arbeitete alle Schichten und nahm zusätzliche Arbeit an. Die harte Arbeit und der Weg zum Krankenhaus und zurück kosteten viel Energie und Zeit und ließen keinen Platz für Gedanken an die Vergangenheit, trotz des straffen Zeitplans. Manchmal machte es Anna Spaß, ein paar Haltestellen zu Fuß zu gehen. Eines Tages hörte sie in der Dunkelheit der Straße ein leises Weinen oder Quietschen. Als sie sich dem Klang des Weinens zuwandte, sah sie einen kleinen zotteligen Klumpen mit glänzenden Augen. Es war ein sehr schwach aussehender Welpe. Anna hob ihn auf, ohne Angst, sich schmutzig zu machen, und sagte, ihn streichend. Armes Ding! Woher kommst du? Schon gut, zog nicht zusammen. Lass uns gehen, ich werde dich waschen, füttern und dann lernen wir uns kennen. Als Anna mit ihrem neuen Mitbewohner nach Hause kam, freute sich die Vermieterin sehr. Mir wird es so viel glücklicher gehen, solange Anna bei der Arbeit ist, sagte Alfonsina, während sie den Welpen in die Arme nahm. Als sie den Welpen gewaschen hatten, stellte sich heraus, dass er ein echtes Wunder war, ganz schwarz, nur ein Ohr und ein Hinterbein waren weiß. So nannten sie ihn Blegro, nach schwarz und weiß. Meistens nannten sie ihn einfach Bleg. Von da an eilte Anna jeden Tag glücklich nach Hause, wo sie von ihrem treuen Freund mit wedelndem Schwanz begrüßt wurde. Alfonsina erzählte ihr gerne von seinen Abenteuern am Tag. Es schien, dass alles in Ordnung war, Anna dachte nicht mehr an die Vergangenheit und hatte sich an das neue Leben gewöhnt, aber der Konflikt mit dem Chirurgen ließ sie nicht zur Ruhe kommen. Sie fühlte sich bis zu Tränen verbittert. Sie hatte die medizinische Fakultät mit Auszeichnung abgeschlossen und jetzt musste sie die Böden im Krankenhaus putzen und sich die Vorwürfe des wütenden Crispin Chela anhören. Sie hatte keine Wahl, denn sie brauchte Geld zum Leben, also ging Anna jeden Tag besorgt ins Krankenhaus. Trotzdem versuchte sie, ihre Aufgaben perfekt zu erledigen, zu waschen, zu putzen und zu scheuern. Die Patienten mochten sie sehr, nur jetzt taten sie ihr Leid und sagten zu ihr. Wie konnte das passieren, Anna? Wir vermissen deine goldenen Hände so sehr, niemand kann die Injektion besser machen als du. Aber das Mädchen antwortete mit einem traurigen Lächeln. Nun ja, vielleicht wird es später besser werden und ich werde euch wieder Injektionen und Infusionen geben können, sie hoffte wirklich, dass Crispin Chela eines Tages seinen Ärger gegen Mitleid eintauschen würde und sie zu ihren früheren Aufgaben zurückkehren lassen würde. Aber nichts änderte sich und Anna fuhr fort, jeden Morgen die Station zu reinigen. Jeder Tag begann damit, dass Crispin Chela verlangte, dass die VIP-Zimmer perfekt sauber sein sollten. Dies waren mehrere Räume, die mit einem Pflanzenbogen vom Rest der Station abgetrennt waren. Jedes VIP-Zimmer hatte einen kleinen Kühlschrank und einen Fernseher, im Sommer funktionierte eine Klimaanlage und der Raum konnte optional zusätzlich beheizt werden. Es gab auch einen Luftbefeuchter und sogar das Menü war speziell, dietetisch, aber exquisit und wurde direkt im Zimmer serviert. Der behandelnde Arzt der Patienten in diesen Räumen war Crispin Chela selbst. Er verbrachte die meiste Zeit hier und schmeichelte jedem Patienten. Offensichtlich kostete ein Tag in diesem Zimmer fast so viel wie Annas Gehalt für einen Monat und oft übergaben die Angehörigen der Patienten auch schwere Taschen mit Geschenken an Crispin Chela. Es schien Anna, dass er jedes Mal darauf wartete. Manchmal, wenn er eine Tasche mit Geschenken bekam, schaute er hinein und war enttäuscht. Seine Haltung änderte sich sofort, er verabschiedete sich kühl von den Patienten und ging sofort. Einmal bemerkte sie, wie ein entlassener Patient nach einer Blinddarmentfernung Geld in die Tasche des Chirurgen steckte, sie schaute schnell weg und wartete, bis sie das Zimmer für den neuen Patienten aufräumen konnte. Vertieft in ihre Gedanken, wechselte Anna dann die Bettwäsche und wischte den Staub von den Möbeln und Fensterbänken. Und als sie zum kleinen weißen Nachttisch ging, sah sie ein Telefon, es war sehr schön und offensichtlich sehr teuer. Das Mädchen hatte zuvor nur eines dieser Telefone auf Werbeplakaten oder in Magazinen gesehen. Ihr kleines altes Telefon schien wie ein Spielzeug aus dem letzten Jahrhundert. Das gefundene Telefon hatte keine einzige Taste und der Bildschirm sah wie ein Spiegel aus. Es war das erste Mal, dass Anna ein solch teures Gerät in den Händen hielt. Sie starrte eine Weile auf dieses Technik-Render und berührte dann vorsichtig den Bildschirm mit ihrem Finger. Das Telefon war nicht gesperrt und sofort erschien ein schönes Bild. Anna zuckte sogar zusammen. Sie wusste nicht, dass es so einfach war, ein modernes Telefon einzuschalten. Verwirrt wusste sie nicht, was sie als nächstes tun sollte. Ihr erster Gedanke war, es zu Crispin Cheda zu bringen, aber sie endete sofort ihre Meinung, ihn heute noch einmal zu sehen, war zu viel für sie. Jedes Gespräch mit diesem Tyrannen endete in einem Skandal und unbegründeten Vorwürfen gegen sie. Vielleicht kommt der Besitzer des Telefons zurück, dachte Anna und steckte das Telefon in die Tasche ihres Bademantels. Das Mädchen hoffte, dass jemand nach dem Telefon kommen würde, aber der Besitzer tauchte nie auf. Am Abend ging sie in den Nebenraum, schloss die Tür ab und begann, die ausgefallene Technik zu untersuchen. Sie beschloss, die Kontakte von Verwandten, Mutter, Vater oder sonst jemandem, zu finden. Anna wusste nicht, ob der Patient Verwandte hatte, aber sie wollte. Die Nummer finden und sie darüber informieren, dass sie das Telefon gefunden hatte. Das Mädchen drückte lange auf den Bildschirm, der sich immer wieder ein, und ausschaltete. Plötzlich tauchten alte Bilder auf. Anna hatte nicht vor, in das Leben eines anderen einzudringen und wollte das Telefon gerade ausschalten, aber dann sah sie ein Bild ihrer Mutter auf dem Bildschirm, sie lächelte, genau wie auf dem Bild über Annas Bett im Haus der Großmutter, nur auf dem Bild auf dem Telefon sah ihre Mutter glücklich aus, ein Mann umarmte sie, und sie waren definitiv verliebt. Anna konnte nicht verstehen, wie ein altes Bild ihrer Mutter in das Telefon des Patienten gelangt war und was sie nach dem Geschehen gemeinsam haben könnten. Sie begann noch härter zu versuchen, die Kontakte der Verwandten zu finden. Als sie den Eintrag, Vater, im Telefonbuch sah, wählte sie sofort die Nummer. Sie wusste nicht, wie man von diesem Telefon aus einen Anruf tätigt, also entschied sie sich, von ihrem Telefon aus anzurufen. Eine leise, sanfte Stimme meldete sich, und Anna begann schüchtern zu sprechen. Entschuldige Sie, hier spricht die Krankenschwester. Tatamude Ando, Corrigio, die Putzfrau des Krankenhauses. Ein Patient hat sein Telefon vergessen, und ihre Nummer ist als Vater eingetragen. Deshalb habe ich mich entschieden, sie anzurufen. Der Mann hörte ihr zu, bedankte sich und sagte, er werde versuchen, so bald wie möglich zu kommen. Eine halbe Stunde später fand ein großer, grauhaariger Mann Anna. Der gleiche Patient, der sein Telefon vergessen hatte, kam mit ihm auf die Krankenstation. Die Männer fingen an, dem Mädchen zu danken und boten ihr Geld an, aber Anna lehnte entschieden ab. Als der Mann versuchte, ihr Geld in die Tasche zu stecken, genau wie er es dem Chirurgen gegeben hatte, antwortete Anna leise, aber scharf. Ich nehme das Geld nicht an, und fügte nach einem Moment des Schweigens hinzu, aber ich wäre ihnen dankbar, wenn sie mir sagen könnten, warum sich ein Bild meiner Mutter in ihrem Telefon befindet. Als Anna die Überraschung auf den Gesichtern der Männer sah, wurde sie rot und fühlte sich beschämt. Sie gestand, dass sie in dem Telefon gestöbert hatte, und als ob sie sich rechtfertigen wollte, fügte sie hinzu. Ich musste einige Verwandte finden, um dieses teure Spielzeug zurückzugeben. Der Vater des jungen Mannes begann als erster das Gespräch. Sein Name war Sergio Massip und sein Sohn hieß Tobias. Der Mann sagte zu Anna lächelnd. Süßes Fräulein, schau genauer hin. Ich habe mich verändert, aber du kannst mich immer noch auf dem Foto erkennen. Er reichte ihr das Handy seines Sohnes und Anna erkannte, dass es tatsächlich er war auf dem Bild, nur viel jünger, ohne das graue Haar an den Schläfen. Ja, damals war ich schlanker und meine Haare waren dicker. Die Zeit macht niemanden schöner. Und meine geliebte Frau Rosaria ist neben mir auf dem Bild. Wir haben lange glücklich zusammengelebt und warten immer noch auf Enkelkinder von diesem Lebemann, sagte er scherzhaft, tätschelte seinen Sohn und fügte hinzu. Hier ist das Ergebnis unserer Liebe, unser einziger Sohn Tobias, lächelte er und nickte seinem Sohn zu. Anna verstand nichts, sie dachte, es sei ein Traum, sie konnte sich nicht irren, es war ihre Mutter. Das ist meine Mutter, sagte das Mädchen schüchtern, aber sie ist vor langer Zeit gestorben, da bin ich sicher. Sie starb gleich nach meiner Geburt und ich kenne sie nur von Bildern. Lassen Sie mich es Ihnen beweisen, das Mädchen verließ den Raum und kehrte nach ein paar Minuten mit einem kleinen verblassten Foto zurück. Sie reichte es dem Mann. Schauen Sie, das ist meine Mutter, Ramona. Ich wäre glücklich, wenn sie noch am Leben wäre, aber sie starb vor vielen Jahren. Sergio nahm ihr das Foto aus den Händen und betrachtete es eine Weile schweigend. Erlauben Sie mir, den Todesvorwurf zu widerlegen. Diese wunderbare Dame ist lebendig und worauf, und Sie können es selbst sehen. Er bot an, gemeinsam zu der Frau auf dem Bild zu gehen und sie persönlich kennenzulernen. Sie vereinbarten, dass er sie bereits am nächsten Tag nach der Arbeit abholen würde und sie sie besuchen würde, um die Heldin des Bildes persönlich zu treffen. Anna war sehr nervös und verstand nicht warum, aber sie konnte das Treffen nicht ablehnen. Sie wusste, dass sie ihre Mutter nie zurückbekommen würde. Aber sie hoffte, dass sie durch das Treffen mit ihrem Abbild die Familie finden würde, die ihr all die Jahre gefehlt hatte. Sie bereitete sich sorgfältig auf dieses Treffen vor. Die Vermieterin half ihr, das richtige Outfit auszuwählen und überreichte ihr sogar feierlich eine kleine Schmetterlingsbrüche. Mein geliebter Mann hat sie mir geschenkt, und sie hat mir immer Glück gebracht. Viel Glück für dich, meine liebe Mädchen, sagte Alfonsina, wischte sich eine Träne weg, bekreuzigte sich und ging in ihr Zimmer. Anna wählte eine Bluse und einen Rock, die ihrer Mutter auf dem Bild sehr ähnelten. Sie wollte immer so aussehen wie sie. Und als sie sich an diesem Abend im Spiegel betrachtete, schien es Anna, als wäre sie das Spiegelbild des Bildes ihrer Mutter. Das Mädchen arbeitete den ganzen Tag über und dachte nur an das bevorstehende Treffen und wartete ungeduldig auf den Abend. Zur vereinbarten Zeit wartete Sergio bereits am Eingang auf sie. Guten Abend, Anna, begann er, und als er ihre Schüchternheit sah, lächelte er und fuhr fort, warum bist du so nervös? Alles ist in Ordnung. Und vielleicht werden wir bald ein Geheimnis lüften. Anna bemerkte, dass seine Stimme ein wenig zittrig war. Offensichtlich war auch Sergio nervös, aber er versuchte es zu verbergen. Unterwegs sprachen sie kaum, beide waren in ihren eigenen Gedanken versunken. Das Haus, in dem sie ankamen, überraschte Anna mit seiner Größe. Ein dreistöckiges Haus mit riesigen Fenstern im Erdgeschoss konnte viele Menschen aufnehmen. Anna konnte nicht glauben, dass in solch einer Villa nur drei Personen lebten. Auf den ersten Blick dachte sie, dass dieses Haus so groß wie vier oder sogar fünf von Großmutter Marias Häusern aussah. Rund um das Haus gab es einen schönen Rasen und die vielen Blumenbette zeugten davon, dass die Besitzer Blumen wirklich liebten. In diesem Moment tat es Anna leid, dass es keine Gelegenheit gab, die Blütenpracht und den Duft dieser Schönheit zu genießen. Das Mädchen stieg schüchtern aus dem Auto aus und traute sich kaum, einen Schritt auf den ordentlich gepflasterten Wegen zu machen. Sie versuchte, alles so gut wie möglich zu sehen, aber sie war schüchtern. Aber sie sah, dass alles an seinem Platz war und gut zum Gesamtbild passte. Warum bist du so verwirrt? Hab keine Angst, hier beißt niemand, sagte Sergio und nahm Anna bei der Hand und ging auf das Haus zu. Als sie die Schwelle überschritten, trat eine Frau, die Anna wie aus dem Gesicht geschnitten war, nur etwas älter, in den Flur. Sie reichte dem Mädchen die Hand und stellte sich vor. Guten Tag, mein Name ist Rosaria Masip. Mein Mann hat mir gestern alles erzählt. Komm rein, sei nicht schüchtern. Das Innere des Hauses war sehr schön, teuer und perfekt. Anna bemerkte, dass alles irgendwie sehr gemütlich war, die schönen Eichenmöbel im Wohnzimmer passten perfekt zu dem antiken restaurierten Anrichteschrank. An der Wand über dem Sofa befand sich eine Galerie von Porträts aus verschiedenen Zeiten und in der Küche ein schönes Gemälde. Als sie sich um den Tisch versammelten und das Familienfotoalbum betrachteten, konnte Anna nicht verstehen, wie Rosaria nichts von ihrer Schwester gewusst haben konnte. Während sie Tee in der Küche tranken, sagte die Gastgeberin mit einem Foto von Annas Mutter in der Hand mit großer Traurigkeit. Ich verstehe nicht, wie das passieren konnte. Ich habe immer bei meinen Eltern gelebt und war die einzige, sehr geliebte Tochter. Sie haben alles getan, damit es mir an nichts fehlt. Moment mal, ich zeige Ihnen ein Bild von meiner Hochzeit mit Sergio, Sie sind so glücklich darauf, sagte sie traurig und kehrte schnell mit einem Bild der Hochzeit zurück, auf dem ein älterer Mann und eine Frau Hand in Hand lachend abgebildet waren. Rosaria sagte leise. Ein Jahr später starb Mama und zwei Jahre später hörte Papas Herz aufzuschlagen. An diesem Abend stellten Rosaria und Sergio viele Fragen über das Leben von Anna und ihrer Mutter. Aber was konnte sie erzählen, wenn sie ihre Mutter nie gesehen hatte? Nur dass sie die Zuneigung und Fürsorge ihrer Mutter vermisste, dass sie sich gerne an sie gekuschelt und von all ihren jugendlichen Problemen erzählt hätte, als sie ein Teenager war. Als Anna gehen wollte, fühlten sie sich bereits wie alte und gute Freunde. Die Gastgeber baten sie, nicht zu verschwinden und sie ab und zu zu besuchen. Sergio beschloss, der Sache auf den Grund zu gehen. Schon am nächsten Morgen kam er ins Büro, er war der Besitzer eines großen Bauunternehmens und bat den Sicherheitschef, alle Details über die Geburt der Zwillinge Rosaria und Ramona herauszufinden. Ein paar Tage später wurde alles enthüllt. Vor vielen Jahren hatten ihre leiblichen Eltern die Mädchen im Krankenhaus zurückgelassen. Kurz nach ihrer Geburt unterschrieb ihre Mutter eine Erklärung, verschwand und niemand hat sie jemals wieder gesehen. Die Mädchen wurden in ein Waisenhaus gebracht und bald wurden die schönen und völlig gesunden Babys adoptiert. Aber es stellte sich heraus, dass sie von verschiedenen Familien adoptiert wurden. Zuerst wurde Annas Mutter von Großmutter Maria adoptiert, die damals noch eine junge und voller Energie steckende Frau war, aber sehr einsam. Ein paar Jahre zuvor hatte sie ihren Ehemann verloren, er starb schnell an einer schweren Krankheit. Sie hatte auch einen Sohn, aber er starb bei einem Autounfall. Also blieb sie allein zurück und ihre Nachbarin schlug ihr vor. Maria, geh in die nahegelegene Stadt. Dort gibt es ein Waisenhaus. Denk darüber nach, vielleicht möchtest du ein Kind adoptieren. Es ist schwer, ohne die Fürsorge für deine Lieben zu leben. Sie zögerte, verschob die Reise mehrmals, aber sie entschied sich schließlich, und als sie ankam, verliebte sie sich sofort in das kleine Mädchen mit den braunen Augen. Sie wusste sicher, dass sie dieses Mädchen adoptieren würde. Aber als sich herausstellte, dass sie eine Schwester hatte, wurde es kompliziert. Der Leiter des Waisenhauses überredete sie, beide zu adoptieren, indem er erklärte, dass es nicht richtig wäre, es anders zu tun. Ihr könnt die Schwester nicht trennen, sagten alle, sogar die Kinderbetreuerinnen. Die Frau erkannte, dass sie es sich nicht leisten konnte, zwei Mädchen in einem abgelegenen Dorf großzuziehen, sie hatte nicht genug Geld. Aber zum Glück stellte sich heraus, dass ein junges Paar aus einer anderen Stadt ein zweites Baby adoptieren wollte. Und so wuchs Ramona, Annas Mutter, in einem kleinen Dorf mit ihrer Mutter Maria auf, während die zweite Schwester, Rosalia, in einer Stadt, hunderte von Kilometern entfernt, in einer wohlhabenden Familie aufwuchs. Ramona bekam ihre Kleidung meistens von ihren Nachbarn. Und Rosalias Vater brachte ihr Kleidung aus dem Ausland mit, wo er oft auf Geschäftsreisen war. Aber keine der Schwestern wusste von einer Brutsverwandtschaft. Sobald Rosalia alle Details über ihre Schwester erfuhr, bat sie Anna, mit ihr auf den Friedhof zu gehen. Am nächsten Wochenende nahm Sergio sie mit in das Dorf, in dem Anna geboren wurde und eine Zeit lang gelebt hatte. Auf dem Friedhof fanden sie Ramonas Grab nicht sofort. Aber als sie es fanden, weinten sie lange Zeit schweigend, und dann sagte Rosalia leise. Es tut mir leid, kleine Schwester, dass ich dich nicht früher gefunden habe. Ich wusste es nicht, sie wandte sich an ihren Ehemann und fügte hinzu, Sergio, wir müssen hier ein Denkmal setzen, und ich werde hier schöne Blumen pflanzen. Bald wurde das Grab bescheiden, aber ordentlich, und es gab immer viele schöne Blumen. Seit dem Tag, an dem jeder von dem Geheimnis der Schwestern erfuhr, wurde Anna von der Familie wie ein Familienmitglied behandelt. Die Familie Masip versuchte ihr in jeder Hinsicht zu helfen und sie zu unterstützen. Sie bestanden darauf, dass Anna nicht in das abgelegene Dorf zurückkehren sollte, sondern in der Stadt bleiben sollte. Ihre Tante, die jetzt Annas eigentliche Familie war, kümmerte sich in jeder Hinsicht um sie. Sie half ihr, eine kleine, aber saubere und komfortable Wohnung in einer guten Gegend zu mieten. Die Vermieterin, eine Freundin von Rosalia, ging für ein ganzes Jahr in eine andere Region arbeiten und erlaubte ihr gerne, in ihrer Wohnung zu leben. Sie musste nur die Nebenkosten bezahlen und sich um die Zimmerpflanzen kümmern. Alles lief gut, aber es gab immer noch ein Problem, Anna putzte immer noch Böden, anstatt das zu tun, was sie liebte, den Menschen zu helfen. Als Sergio erfuhr, dass Anna die beste Studentin an der medizinischen Fakultät war, fragte er überrascht. Lernen Sie dort wirklich nur, Windeln zu wechseln und Böden zu wischen. Anna konnte es nicht ertragen und erzählte Sergio alles, als er von dem Konflikt mit dem Chirurgen und dass er Bestechungsgelder annahm erfuhr, löste er das Problem schnell. Es stellte sich heraus, dass sein langjähriger Freund im Gesundheitsministerium arbeitete und nachdem er von den Vorkommnissen in der chirurgischen Abteilung des Stadtkrankenhauses erfahren hatte, eine Inspektion initiierte. Es verlief schnell und effektiv und als Ergebnis wurde Crispin Schäler entlassen und er war nicht der Einzige. Es stellte sich heraus, dass noch ein paar andere Ärzte und die leitende Krankenschwester der Abteilung in alles verwickelt waren. Sie können nie wieder im medizinischen Bereich arbeiten. Und der neue Leiter der Abteilung überprüfte die Personalakten und war schockiert, dass eine so kompetente Fachkraft Fenster putzte und Böden wischte. Er ernannte Anna sofort zur leitenden Krankenschwester. Als er diese Nachricht dem gesamten Abteilungsstab verkündete, herrschte für einen Moment Stille. Lilia schaute wütend auf Anna. Sie wollte diese Position selbst bekommen, der Status und das gute Gehalt hatten das Mädchen schon immer angezogen. Aber Lilia hatte nicht die notwendigen Fähigkeiten und Erfahrungen. Nach einer Minute gab es zaghaften Applaus. Seit diesem Tag hatte sich die Einstellung zu Anna in der chirurgischen Abteilung stark verändert, genauso wie die Stimmung des Mädchens. Nun eilte sie jeden Morgen glücklich zur Arbeit und selbst der Wachmann am Eingang akzeptierte es, dass sie als erste kam und als letzte ging. Sie war bereit, 24 Stunden am Tag im Krankenhaus zu sein, für die Arbeit, die sie liebte. Die Patienten freuten sich sehr für Anna. Aber ihr einziger Bedauern war, dass sie jetzt selten Injektionen und Infusionen gab. Und wenn jemand eine Operation benötigte, baten die Patienten den Arzt, ihr zu erlauben, den Arzt zu assistieren. Das passierte oft, denn der neue Chefarzt prophezeite dem Mädchen eine große Zukunft. Anna erkannte das auch. Sie wurde wirklich unersetzlich in der chirurgischen Abteilung, sie hatte Zeit, die Aufgaben einer leitenden Krankenschwester zu erfüllen und dem medizinischen Nachwuchs zu helfen. Eines Tages kam die diensthabende Krankenschwester morgens zu spät, also ging Anna selbst zu den Patienten. Es war ein neuer Patient im pestoperativen Raum. In der Nacht wurde bei einem Mann in seinen 50ern eine Notoperation durchgeführt. Blutproben mussten genommen werden und Anna machte alles perfekt, wie immer. Es stellte sich heraus, dass der Patient dringend Spenderbrütt benötigte. Seine Blutgruppe war sehr selten und sein Resusfaktor war negativ. Die Abteilung hatte kein passendes Blut mehr. Anna untersuchte sorgfältig die Krankenakten des Patienten und war überrascht festzustellen, dass sie genau die gleiche Blutgruppe und den gleichen Resusfaktor hatte. Anna war sich wohl bewusst, dass solche Zufälle selten sind und deutlich auf Verwandtschaft hindeuten, aber in erster Linie dachte das Mädchen an das Leben des Patienten. Sie ging sofort zum Chefarzt. Antonio Pena, der Patient Svarez im Zimmer 26 braucht Blut. Die Transfusionsstation wird es erst am Nachmittag bringen und ich habe genau die gleiche Blutgruppe, ich bin bereit zu spenden. Der Chefarzt schaute überrascht auf das Mädchen, aber er vertraute ihr. Die junge Krankenschwester traf immer die richtigen Entscheidungen. Er nickte zustimmend und tauchte wieder in die Durchsicht der Krankenakten des Patienten ein. Die Bluttransfusion war für Anna nicht einfach, vielleicht lag es an ihrer Nervosität und Aufregung. Das Mädchen drohte ohnmächtig zu werden und ihre Kollegen konnten sie nur schwer wieder zu Bewusstsein bringen. Aber alles in allem lief alles gut und nach ein paar Tagen fühlte sich der Patient viel besser. Eines Morgens stand Antonio Pena am Bett dieses Patienten und sagte, Es ist alles sehr gut verlaufen, wir müssen unserer leitenden Krankenschwester Anna danken. Obwohl ich Ihnen rate, darüber nachzudenken, deutet solch ein Zufall einer seltenen Blutgruppe normalerweise auf Verwandte Jean hin, ich rate Ihnen, einen DNA-Test zu machen, der Chefarzt zwinkerte dem Patienten zu und verließ das Zimmer und ließ ihn nachdenklich zurück. Cesario Suárez, der vor einigen Tagen operiert worden war, war sehr verwirrt, aber ohne auf seine Entlassung zu warten, beschloss er, einen DNA-Test zu machen. Er hatte das Gespräch mit seiner Retterin mehrmals geprobt, wusste aber nicht, wie er es am besten beginnen sollte. Aber schließlich fasste er sich ein Herz. Sobald das Mädchen das Zimmer betrat, hörte sie die Stimme eines Patienten, der so lange geschwiegen hatte, sie wollte mit ihm reden, aber der Mann kam ihr zuvor. Vielen Dank, begann der Patient schüchtern, wenn es nicht für sie wäre, weiß ich nicht, ob ich am Leben wäre. Der Arzt sagte, dass eine Übereinstimmung im Blut auf eine mögliche Verwandtschaft hindeutet. Woher kommen sie? Wer sind ihre Eltern? In diesem Moment zog sich etwas in Annas Seele zusammen, sie hatte Angst, daran zu denken, dass es ihr Vater sein könnte, aber tief in ihrem Herzen glaubte sie an ein Wunder. Als die Krankenschwester anfing, die Geschichte ihres Lebens zu erzählen, wo sie gelebt hat und mit wem, von ihrer Mutter, alles, was sie aus Marias Erzählungen wusste, sah sie in Caesarios Augen, dass ein Wunder möglich war. Sie realisierte, dass sie endlich ihren Vater gefunden hatte. Aber sie beschlossen, es offiziell zu machen. Nachdem sie den DNA-Test gemacht hatten, warteten sie sehnsüchtig auf das Ergebnis, und als sie es endlich bekamen, umarmten sie sich, saßen schweigend da und weinten lange. Ihr Vater erzählte Anna, wie er und Ramona sich kennengelernt hatten, wie sehr sie sich liebten und dass sie heiraten wollten. Aber er und ihre Mutter waren jung und töricht, sie trennten sich wegen irgendeines Unsinnes und sagten sich viele dumme Dinge. Und er hatte keine Ahnung, dass sie schwanger war. Er trat sofort in die Armee ein, und danach blieb er in der Stadt. Er versuchte ein paar Mal, sie zu finden. Ramona versteckte die Tatsache, dass sie aus einem abgelegenen Dorf stammte, gab vor, aus der Stadt zu sein, und er glaubte aufrichtig, dass sie in derselben Stadt lebte. Er suchte nach ihr in der Nachbarschaft, in der sie lebten, aber niemand wusste, wohin das Mädchen gegangen war. Sie saßen für ein paar Stunden schweigend im Krankenzimmer, hielten sich an den Händen und konnten nicht glauben, was passiert war. Der Vater weinte, streichelte Annas Haare und flüsterte. Verzeih mir, meine Tochter, um Himmels Willen, verzeih mir. Ich habe keine Familie, keine Kinder. Ich dachte, ich würde alleine sterben. Ich habe 20 Jahre lang mit meiner Frau zusammengelebt. Gott hat mir nie Kinder gegeben, und er hat meine Frau in den Himmel genommen. Sie ist vor zwei Jahren gestorben. Und jetzt bin ich so glücklich, ich habe eine Tochter. Er konnte nicht glauben, was passiert war. An diesem Abend saßen sie lange Zeit Hand in Hand und sprachen über ihr Leben. Anna konnte schließlich ihren Kopf an die Brust ihres Vaters legen und über all die Probleme, Sorgen und Freuden sprechen, wie in Kindheitsträumen. Die lokale Zeitung erfuhr von dem glücklichen Treffen von Vater und Tochter und innerhalb weniger Tage war ihre Lebensgeschichte auf der Titelseite. Auf der Titelseite war ein Bild von einer lächelnden Anna, die ihren Vater umarmte. Nachdem Cesario aus dem Krankenhaus entlassen worden war, bestand er darauf, dass seine Tochter bei ihm einziehen sollte. Warum musst du eine Wohnung mieten und dafür bezahlen? Ich lebe allein in einem großen Haus, da ist genug Platz für zwei Personen, sagte er zu Anna. Zieh bei mir ein, zusammen macht es mehr Spaß. Ich bin jeden Tag bei der Arbeit, genau wie du, aber wir können abends zusammen sein, reden und Tee trinken. Anna fühlte sich ein wenig unwohl, sie wollte ihn nicht stören, aber ihr Vater bestand darauf. Sie und Blegro zogen in das Haus ihres Vaters ein und freuten sich, neue Dinge über sein Leben zu erfahren und ihm von sich selbst zu erzählen. Ihr Vater hatte tatsächlich ein sehr großes Haus fast im Zentrum der Stadt, eine große Diele, eine Küche, ein Esszimmer mit einem riesigen runden Tisch und drei Schlafzimmer. Als Anna das erste Mal in das Haus ging und sich umschaute, sagte ihr Vater traurig. Wir haben dieses Haus von der Großmutter meiner Frau geerbt. Eigentlich hätten wir es verkaufen und etwas Kleineres kaufen können, aber meine Frau und ich haben gehofft, eine große Familie zu haben, nicht weniger als fünf Kinder und viele Enkelkinder. Wir haben sogar einen großen Esstisch behalten. Er brach abrupt ab und erwähnte es nie wieder. Anna erkannte, dass es für ihn wie eine offene Wunde war. Das Mädchen richtete sich in einem der Zimmer ein. Das Zimmer war sehr gemütlich und hell. Ein großes Fenster schaute auf die sonnige Seite und den Park, sodass das Zimmer nie düster aussah. Die gesamte Möblierung war in derselben hellen Farbgebung gehalten, was das Zimmer noch sonniger machte. Ein schönes geschnitztes Bett, ein Nachttisch, ein ordentlicher Tisch mit Spiegel und Hocker sowie ein Schrank mit goldener Verzierung. Alles war so leicht und luftig. Es war, als ob das Zimmer absichtlich für ein Mädchen, eine Tochter, vorbereitet worden wäre. Anna war zu schüchtern, um ihren Vater zu fragen, für wen dieses Zimmer gedacht war, aber die Aura im Raum war sehr gut und Anna mochte den Ort sofort. Nach dem Einzug schlug ihr Vater vor, ihre Tante und ihre Familie einzuladen. Er kannte die Verwandten bereits aus den Geschichten seiner Tochter und wollte sie kennenlernen. Immerhin waren er und Anna einsame Menschen, die sich auf wundersame Weise gefunden hatten und er freute sich, seine neuen Verwandten kennenzulernen. Am Sonntag deckten sie zusammen den Tisch und hatten ein schönes Familienessen mit Rosalia und Sergio, die mit einer großen Torte ankamen. Tobias kam für ein paar Minuten vorbei, um Annas Vater kennenzulernen, und verabschiedete sich mit Entschuldigungen, flüsterte seiner Cousine noch ein letztes Wort zu. Ich werde dich ihr vorstellen, das verspreche ich, aber jetzt tut es mir leid. Anna fühlte, dass sie die glücklichste Person der Welt war. Sie war nicht mehr allein, sie hatte eine Tante, einen Cousin und einen Vater. Nun war ihr größter Traum, Ärztin zu werden, aber sie hatte bereits einen Beruf, den sie liebte. Sie rief ihre Verwandten oft an, und sie besuchten sich an den Wochenenden. Und sie und ihr Cousin wurden beste Freunde und sahen sich fast jeden Tag. Sie arbeitete in der Nähe seines Büros, und er konnte zur Mittagszeit auftauchen oder nach der Arbeit, um sie in einem nahegelegenen Café zu einem Café und einem Lieblingsdessert einzuladen. Anna war nicht überrascht, als ihr Cousin sie wieder ins Café einlud und versprach, in einer halben Stunde da zu sein. Sie versuchte, ihre Arbeit schnell zu beenden, und als sie ins Café kam, war sie überrascht. Ihr Cousin war nicht allein, da saß eine spektakuläre langhaarige Blondine und ein junger Mann neben ihm. Anna bekam Gänsehaut, als sie diesen gut aussehenden Kerl anschaute. Der Bruder stand auf, treffen Sie meine wiedergefundene Cousine Anna, jetzt meine einzige geliebte Cousine. Er nahm Anna bei der Hand und führte sie zu dem Mädchen am Tisch und fuhr im selben Ton fort. Und das ist die Liebe meines Lebens, Katharina. Ich hoffe, sie wird bald meine Frau sein, zwinkerte er, nickte in Richtung des gut aussehenden Mannes am Tisch und sagte, und das ist mein treuer und ergebener Freund Maximo. Er ist Single und hat keine Kinder, bitte beachte das. Anna wurde knallrot, sie konnte sich nicht an Tobias, Witze gewöhnen, hatte Angst, Maximo anzusehen, und hielt einfach schweigend ihre Hand hin. Die schwarzen Augen unter einem Fächer aus langen Wimpern sahen aus, als wären sie von einem guten Künstler gezeichnet worden, und die lockigen kurzen Haare verlieren noch mehr Charme. Als Maximo lächelte und sagte, dass es ihm sehr angenehm sei, sie kennenzulernen, realisierte Anna, dass sie sich verliebt hatte. Anfangs fühlte sie sich in dieser Gesellschaft unwohl, es war offensichtlich, dass sie sich schon lange kannten und viel gemeinsam hatten und sich viel zu erinnern hatten, aber nach einer halben Stunde hatte sie komplett vergessen, dass sie die Jungs kaum kannte. Die Kommunikation war locker und entspannt. Die Jungs machten immer Witze, und sie und Katharina lachten fröhlich und baten sie aufzuhören. Als es Zeit war, sich zu verabschieden, bat Maximo darum, Anna nach Hause zu begleiten, und natürlich konnte sie nicht widerstehen. Sie beschlossen, zu Fuß zu gehen und Maximos Auto vor dem Krankenhaus stehen zu lassen. Sie gingen lange Zeit durch die schön beleuchteten Straßen. Maximo erwies sich als sehr freundlicher und einfacher Kerl. Er arbeitete für Sergios Baufirma. Er und Anna hatten viel gemeinsam, sie lasen dieselben Bücher, sahen dieselben Filme und mochten sogar dasselbe Wetter, dieselbe Jahreszeit und dieselben Cartoons. An diesem Abend wollten sie beide nicht auseinandergehen, aber es war bereits Mitternacht, und sie vereinbarten, sich am nächsten Tag zu treffen. Nachts ging Anna glücklich lächelnd ins Bett. Anna erinnerte sich nicht mehr an die bittere Liebeserfahrung der Vergangenheit, sondern wartete nur darauf, dass der nächste Tag schnell kommen würde. Anna wollte Maximo wiedersehen und reden, reden, reden über alles, sie wollte einfach bei ihm sein. Sie begannen sich täglich zu treffen, und eine Woche später kam Maximo, um sie von der Arbeit abzuholen, mit einem riesigen Blumenstrauß. Anna, bitte hör mir zu. Ich konnte mir jemanden wie dich nur erträumen. Ich wusste sofort, dass du die Art von Frau bist, die ich an meiner Seite haben möchte. Heirate mich. Vielleicht klingt das nach einer Woche des Kennenlernens albern, aber ich liebe dich. Das Mädchen war schockiert, denn sie kannten sich erst seit wenigen Tagen, und sie hatte noch nicht einmal darüber nachgedacht, was als nächstes passieren würde, aber plötzlich realisierte sie, dass sie Angst hatte, ihn zu verlieren, und beschloss, komme, was wolle. Unerwartet für sich selbst, sagte sie plötzlich. Maximo, ich stimme zu. An diesem Abend brachte er sie nach Hause, um sie seiner Mutter vorzustellen. Der Vater des Jungen starb vor langer Zeit auf einer Baustelle, als der Junge noch keine drei Jahre alt war, und seine Mutter zog ihn alleine auf. Elena erwies sich als eine sehr nette Frau von kleiner Statur mit freundlichen Augen. Als sie sah, dass Anna sehr nervös war, sagte sie sofort. Anna, keine Sorge, ich werde dich nicht fressen. Außerdem wird mein Sohn dich jetzt immer beschützen und niemandem zulassen, dass er dir wehtut. Als sie das Mädchen ins Wohnzimmer führte, sagte sie, dass ihr Sohn ständig von seiner Anna sprach. Elena gestand, dass sie ihn dazu gezwungen habe, Anna hierher zu bringen. Während sie Tee mit Elenas Lieblingsköchen tranken, sagte Maximo. Mama, ich habe Anna heute einen Heiratsantrag gemacht. Sie hat ja gesagt. Lass uns bald zu ihrem Vater gehen, ich werde um seine Erlaubnis bitten. Die Frau trat, Tränen zurückhaltend, auf das Mädchen zu, umarmte sie und sagte. Ich freue mich sehr für dich. Ich bin sehr glücklich, dass mein Sohn eine so wunderbare Frau haben wird, ich hoffe, dein Vater wird nichts gegen eure Hochzeit haben. Am nächsten Wochenende deckte Anna nervös den Tisch. Ihr Vater half, die Stühle und das Geschirr aufzustellen. Anna lud alle zur Abendgesellschaft ein, Rosalia, Sergio und Tobias. Annas Nervosität verschwand schnell, es schien, als ob sich alle schon lange kennen würden. Am Tisch diskutierte man lebhaft darüber, wie und wo sie die Hochzeit feiern würden, welchen Champagner sie trinken würden und wie man alles organisieren sollte. Es war, als ob sie schon alles für das junge Paar entschieden hätten, ohne sie überhaupt zu fragen. Maximo versuchte nur fröhlich dazwischen zu kommen. Vielleicht könntet ihr Anna und mich fragen? Woraufhin Sergio mit einem Zwinkern antwortete. Eure einzige Aufgabe ist es, euch zu lieben und euch bei der Hochzeit zu küssen, also legt los und übt. Und wir werden euch bei der Organisation der Hochzeit helfen. Die Zeit verging. Sie beschlossen, für ihren Hochzeitstag diesen großen Tisch im Wohnzimmer von Annas Vater Hes aufzustellen. Jeder kam, außer Anna selbst zufällig war dies der Moment, in dem niemand am Tisch Platz nehmen konnte, bis sie die Neuigkeiten aus der Entbindungsstation gehört hatten. An diesem Morgen hatte Anna Wehen bekommen und Maximo brachte sie ins Krankenhaus. Und jetzt war der Tisch mit den exquisitesten Speisen gedeckt, aber alle warteten. Nur Sergio und Cesario entkamen für einen Moment in die Küche und tranken leise auf Annas Gesundheit. Maximos Telefon klingelte mit dreifacher Kraft. Nachdem er den Sprecher angehört hatte, warf er glücklich das Telefon auf das Sofa, umarmte seine Mutter und rief. Mama, herzlichen Glückwunsch zu deiner neuen Position. Du bist jetzt zweifache Großmutter und ich habe zwei Töchter, ich bin der glücklichste Vater. Etwas Unglaubliches begann im Haus zu passieren, alle umarmten, küßten und gratulierten sich gegenseitig. An diesem Abend wurde nicht nur auf das Glück des jungen Paares, sondern auch auf die Gesundheit der Mutter und der Töchter angestoßen. Aber anstatt eines festlichen Feuerwerks verkündeten die Nachrichten am Tisch, Tobias und Catalina entschieden sich ebenfalls zu heiraten. Doch es gab noch eine Überraschung für alle Anwesenden. Annas Vater stand auf und sagte. Das ist es, es ist Zeit. Ich möchte, dass dieses Datum für uns alle unvergesslich wird. Wir sind jetzt Großeltern und haben das Recht, zu sagen, was wir denken. Elena, heirate mich. Lass alles für alle richtig sein. Elena war verwirrt, aber angesichts des Applauses konnte sie nicht ablehnen und küßte ihren Verlobten. Wenn Ihnen die Geschichte gefallen hat, geben Sie bitte einen Daumen hoch und abonnieren Sie den Kanal. Bis zum nächsten Mal.